Ja hallo! Werte werden zerstört indem Werkzeuge zerstört werden. Das waren Werkzeuge für Transcooler Formen. Da hat einer gesagt, ja ich habe ja die jetzt frisch erst gekriegt und jetzt nehme ich sie auseinander. Wenn die aus China kämen, würde ich die nicht hierher fahren zum entsorgen. Das hier war als Unterlage, weil die Form wahrscheinlich nicht ganz gestummen hat, in der Form drin verarbeitet. Das heißt die Platten, das war eine alte Ausstellungsplatte, die wir hier verbaut haben, in der Form drin. Der Rest der Form, das sind jetzt nur die Außenteile, die hier zerstört sind, stehen da drüben. Da wird jetzt auch getrennt Metall und Holz. Das sind diese Transcooler. Das war hier der Ausschnitt. Hier steht TC8, Transcooler 8. Das wäre der Ausschnitt von diesem rückigen Teil, wo der Kompressor drin lag. Oder war. Ich muss jetzt sagen, war, weil ich verlinke euch hier das Video, wo wir angefangen haben, diese Transcooler Formen zu zerstören und warum es so ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.